hallo und willkommen zurück zu monster hunter welt ja ja ich habe gestern noch den anmeldebonus du bist hier ob der jetzt nicht auf und die hier auch trotzdem noch mal jeden an also wenn wir jetzt mal hier bei dem hier schauen bei unserem botanischen forscher er seht ihr dass hier was drin ist was da vielleicht nicht reingehört hier sind auch große hornfliegen ok also hast du drei items hinzugefügt pervisa 3 ok du hast nur finsteres touren große hornfliege gemacht ja genau wird vielleicht noch eins dazu kommen ja das finstere touristenpilz ich meine keine ahnung mehr sind als eine pflanze und käfer denke ich mal dachte ich mir zumindest du wolltest die letzte event quest zuerst machen die letzte stimmt die giftgruppe ist die letzte für eine giftige gruppe dann dann Untertitelung des ZDF, 2020 Ah ja, der da. Und der da. Okay, jetzt fliegen wir da mal weg. Tschüss. Okay. 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 Wo? Wo schaut's denn aus? Wo bist denn du? Ich bin unterwegs zum Puckel Puckel. So gehen wir mal den Rotkerner. Oh, Martian ist hier gelandet. Ich habe sie gegeneinander gerammt. Okay. 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 Anscheinend ist es hier nicht dabei. Okay. 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 Ah, genau. Okay. 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 Held dich mal hier rein. Dann bist du entgiftet. Was? Okay, das ist schon spät, ich habe schon angefangen zu trinken. Dann sagt einer Katze, sie soll da rein... ok, sie ist reingelaufen Hast du WFM? Hä? Ich will dir doch nicht direkt sagen, wo sie gehen soll Ne, nicht wirklich Ok, das hat schon ein bisschen geändert Ich glaube, man wird das nicht gönnen Ich glaube, wir sind noch ein bisschen geändert Das ist schon wieder ein bisschen geändert Ich weiß nicht, was ich ja nicht Sie können mit einem Sitzel Ich habe eine Gereiense Knotzen Was ich habe mit dem Mallorat? Ich habe ihn nicht gewesen Was ist die Humpel? Bleib hier! Okay, wir haben es. Ich habe gerade noch ein anderes Monster gesehen, direkt neben der Luft. Ja, er war auf dieser Plattform. Ich glaube, er ist runtergelaufen, nachdem ich ihn angeschossen habe. Ah, da kommt er wieder. Er hat noch einen Schwanz. Na ja. Soll ich den Schwanz piezen? Okay, er ist ab. Ah, Sahne. Er hat eine Katze in die andere aber nicht. Ich weiß nicht, was du meinst. Das hingezielt wurde, oder was? Ja, Katze in. Meinst du das nicht so? Nein. Ja doch, das ist eine Sterben-Katze. Okay, wenn du das sagst. Ja, so ist das doch. Ach ja. Da war der eine Katze. Warum war der eine Katze so alt? Ne, warte mal. Okay, warum läuft mein Ding woanders hin? Oh, nee, als ob. Okay, ich port mich. Wo bist du? Du port dich zum nordwestlichen Lager. Okay, wieder dorthin. Okay. Macht der da unten ne Pause? Darf der das? Was? Als ob der das kann? Jetzt hat er ein anderes Ziel. Er hat einfach Ziel gewechselt, nachdem er nicht hier war. Ich weiß nicht, wovon er hier ist. Ja, du siehst doch das X und den Riesenstrich mit dem Pfeil, dass er dorthin fliegt. Was willst du? Ich sehe den Gegner nicht. Ah, okay. Er geht jetzt doch nicht hierhin, hat sich umentschieden, nachdem er woanders Pause gemacht hat. Ich wusste gar nicht, dass es geht. Ich dachte, wenn es so dasteht, muss er dorthin fliegen. Und jetzt kann ich nicht teleportieren wegen dem Pseudokampf hier. 144. Okay, er ist jetzt ganz oben. Die Frage ist nur, wie lang? Ja, du kannst ja Schuppen einsammeln oder so, dann siehst du ihn auch. Ja, muss ich halt finden. Ich habe mindestens vier eingesammelt oder allein bei dem hin- und herlaufen. Na, nein, auf deinem Weg habe ich keine gesehen. Das Lager ganz oben, oder? Ja. 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 Auf das nachhaltig zu sein. Ja. Ja, ja. Was никогда hat mich auch gerade Uhletstar grafik für. Miion. 사고 zwei Tumblr, aber auch nach unten drin. Ja. Okay, da kombinate ich ja. Ja. ich hoffe die ressourcen werden nicht weggespult aber das wasser immer land ah verdammt meine katze jetzt endlich auf ihn rausspielen was machst du denn durchsprengen er hat irgendwas anderes vor ja ich weiß aber nicht was die läuft hier nur rum ok jetzt ist es aus ja 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 ich Das war's. Ich steck in der Wand. Er geht doch nicht. Er hat nicht gegrabt, kann das sein? Ah, okay, Bomben gab's noch nie passen. Da suchen wir noch die alte Kerbe. Und dann rutschen wir hier runter. Oh, das war's. Das hat nicht gegrabt. Das hat nicht gegrabt. Er hat einen Totenkopf. Ah, das ist gleich wieder abgehauen. Ja. Das triggert ihn eben. Das hat nicht gegrabt. Das hat nicht gegrabt. Das hat nicht gegrabt. Wo war das Jung her? Das hat nicht gegrabt. Das hat nicht gegrabt. Wolltest du mich blenden, oder was war das? noch ein bisschen was was das ist geblendet es geht okay auch fliegt die durch mich durch alles nehmen ja alles nehmen ja auch eine belobigung ich habe neue größen rekorde okay nützt nichts solange da keine goldene krone dran hängt nichts hält uns auf okay okay das waren einige die hier erledigt wurden genau Oh, jetzt ist das einfach eins. Okay, gehen wir mal in meinen Raum. Wie sieht das mit denen aus? Achso, die sind noch offen. Auf ihrer Tour. Die Frisuren, die durch die Kleidung klippen. Abonnieren. Ah, warte mal, was warte ich? Genau hier. Da fehlen nur die Tücher. Ok, ich bin da gebraucht. Schau grad mal die nächsten Rüstungen durch, ob ich die eigentlich schon direkt craften könnte oder ob mir da irgendwo noch Ressourcen fehlen würden. Ich glaube nicht, wenn ich mich hier nicht erzähle. Ich bin bereit. Was wofür? Für die Hauptquest. Die Hauptquest. Ich habe die schwache Azur-Klinge dabei. Das ist mein schwächstes Landschaft. Und ich ziehe Zora Magdaros Rüstung an. Möchtest du jetzt direkt die Hauptquest machen? Hm? Also ich bin zumindest bereit dafür. Ich speichere das jetzt mal über mein Zora Set. Ich werde so eben meine erledigte Event-Quest-Liste erweitern. Werde dann relativ schwach sein. Gift-Gruppe. Die, die, Gift, Gift, Gruppe, Gruppe. Gut. Gut, nachgezählt. Was, was, was willst du nachzählen? Gut gezählt, Mann. Du hast gezählt. Ich zähle nix. Hä? Hä? Ich verstehe dich nicht. Wie habe ich jetzt was gezählt? Buchstaben. Ah, war das eine von hier oben? Ja, war das okay. Du willst erst was anderes machen. An sich hätte ich halt gerne erst die Rüstung fertig. In Ordnung. Dann such dir was aus. Ach, oder weißt du, was wir mal ausprobieren könnten? Wir joinen Leute auf Notrufen. Hä? Biss ja komisch. Einer macht gerade Rathalos und einer macht gerade Rologaron. Ansonsten hätten wir noch... Ah, da ist nur ein Platz frei. Also wenn du mal zu dritt spielen willst, das wäre jetzt die Chance. Was? Du bist ja komisch. Guck dann nicht. Ich bin gerade auch echt schwach angezogen. Ich renne jetzt so lange mit Zora Magdaros Highring Rüstung rum. Und dem schwachen Azul Sternschwert, bis wir die Hauptkost machen. Aber ich ziehe meinen Gala-Anzug drüber. Den ziehe ich dann für die Hauptkost wieder aus. Also. Welches Monster kommt denn danach? Brauchst du Teile noch von irgendeinem? Dann sollten wir das halt machen. Ich... Es ist halt immer so schwer, das irgendwie gescheit zu erkennen. Was kommt denn generell danach noch nach Todesgestein? Legian, Odogan, Rathalos, Diablos, Kirin und das Ernst sind. Warte mal. Haben wir einen Diablos schon gefangen? Ähm, mal ne Frage. Was sind Gegner-Coins? Ab in die Arena mit dir. Okay. Weil nach der Todesgestankrüstung kommt noch diese Rüstung, die ich aktuell nicht sehe. Die diese Kreuze braucht. Von Pinake, Pukei, Kulu, Rathian. Was sind Commendations? Kriegt man die auch in die Arena? Das ist die Belobigung. Ey, das ist die Belobigung. Ziemlich sicher. Ja, warte. Ich schau mal nach. Ähm, du meinst das Brigade-Set? Ja, genau. Ich hab neun Spitzenmünzen, drei Poké-Münzen und zwei Kulo-Münzen. Ich hab nur zwei von vier Rathian-Münzen. Dann müssen wir auch. Ja, okay. Dann machen wir irgendwas in der Arena, denke ich mal. Hm, also ich hab alle mehrfach, aber insgesamt nicht genug. Ja, wo ist denn die? Was ich zur Versammlungsstätte, oder? Ja, die kannst du nur über die Versammlungsstätte erreichen. Ich besuch deine Versammlungsstätte mal. Also, Arena kann man coolerweise zu zweit machen. Also, Joach, überhaupt nicht. Arena-Schalter, der da wahrscheinlich, oder? Ja. Wir haben hier also Arena-Quests. Ja, die ersten vier hab ich gemacht. Und herausforderungen. Die anderen fünf nicht. Poké, Kulu, Rathian sind die drei, die du brauchst. Ja, aber gut, mehr gibt's ja auch nicht. Also, wir machen alle drei Lore-Rank-Quests. Ich kann dir sagen, Poké habe ich mit Schwert und Schild C rangemacht. Mit siehmeinhalb Minuten? Versiegbare Waffen. Wie genau kann ich mir das jetzt vorstellen? Du kriegst sowohl Waffen als auch Inventar, als auch Rüstungsteile gestellt. Also, den Poké habe ich dreimal besiegt und alle drei mal zäh, weil ich zu langsam war. Aber letztendlich ist es ja wurscht, Hauptsache wir schaffen's. Den Kulu habe ich nur einmal gemacht mit dem Bogengewehr scheinbar. Auch zehn natürlich. Und bei der Rathian habe ich 18 Minuten gebraucht, holy shit. Oh, da ist jetzt aber ein bisschen ein Problem. Ich habe doch gerade eine neue Lanze gecraftet. Ja, die kannst du in der Arena nicht benutzen im Moment. Ja, das ist ja... Oh mein Gott, Alter. Außer, das ist zufällig eine von denen, die dir bei der Rathian wird dir eine angeboten, aber ich bezweifle es. Warte mal, wo ist... bei der Rathian? Ja, da ist das erste Set ein Lanzenbild. Äh, Donnerlanzen, ne, das ist echt die, die ich schaue. Schaut es mit den Herausforderungen aus. Oh, man kann ein Endrücken, ist mir gar nicht aufgefallen. Zwei. Ist hier ein Lanzenbild, hier ist ein Lanzenbild, welch ist das? Ja, also ich behaupte mal, Bronze schaffen wir auf jeden Fall und ich glaube nicht, dass es einen Grund gibt. Also, dass es Sinn hat, besser zu sein. Ah, hier. Ständig kriegt man dann mehr Münzen auf einmal, aber... Stellt dir mal an, wie oft man sterben darf. Das ist halt, ähm... Es ist schon okay eigentlich. Die ersten jedenfalls. Da steht der neunmal, oh mein Gott, okay. Ja, ich halte halt... Gold halte ich halt für unmöglich. Ich weiß nicht, wer das schafft, aber... Ich bin's nicht. Okay, neue Questen bekannt machen. Im nächsten Part bewerten, nicht vergessen und ciao. Tschüss.